Ich begrüße euch, ihr Lieben. Ja, neben mir ist der Martin Winkler, 47 Jahre aus Weikrein. Ich begrüße dich, lieber Martin. Hallo Martin. Schön, dass du heute mal für mich und meine Zuschauer Zeit hast. Und ich finde, du hast da eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Das Thema ist heute, kann Cannabis Krebs heilen? Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger aus der Aktivistenszene. Erstmal interessiert mich so ein bisschen über deine Person. Das heißt, was hast du eigentlich sonst gemacht? Bist du jetzt, erzähl mal so ein bisschen aus deinem Leben sozusagen. Naja, ich habe in Salzburg gearbeitet, beim Magistrat, bei der Müllupfer. Da bin ich zehn Jahre dabei gewesen. Und dann habe ich halt momentan, irgendwann hat es mich aus deinem Leben herausgerissen, wie die Diagnose Krebs gerade kam. Dann ist es momentan einmal kurzfristig einmal bergab. Wie hast du die bekommen, durch Schmerzen oder einfach so? Naja, ich habe schon lange in mir gespürt. Ich habe immer geglaubt, ich habe eine Verkühlung. Und ich habe es einfach gemerkt durch den starken Haarndrang, den ich verspürt habe. Und dass das immer schlimmer geworden ist, bis dass ich halt zu den Ärzten gegangen bin und die Diagnose Krebs festgestellt worden ist. Ja, dann ist es so weitergegangen, dass ich halt noch sämtliche Chemos gemacht habe, Bestrahlung. Und alle drei Monate habe ich auch noch eine Mohnspritzen gekriegt. Das heißt, also direkt nachdem das festgestellt wurde, hast du gesagt, um Gottes Willen, Ärzte haben dir vorgeschlagen, du musst jetzt Chemo machen oder wie ist das genau gelaufen? Oder hast du gesagt, ja, hier, mach Chemo, ich habe Krebs oder wie? Ja, man kann sich das schlecht vorstellen. Wie ist das? Naja, das fällt schon einmal ein Stück von der Welt zusammen, weil man einfach nicht damit rechnet. Und man gibt die ganze Verantwortung dann in die Ärzte, weil man befasst sich weder mit dieser Krankheit oder sonst was. Ich bin in der Blüte vom Leben gestanden, habe mich gesund gefühlt, bis auf das, dass ich halt die Verkühlung, was ich glaube, habe in mir drinnen habe, bis dass das festgestellt worden ist, ist eh relativ viel Zeit vergangen. Das hat auch fast ein Dreivierteljahr gedauert. Und dann ist es aber verdammt schnell gegangen, weil dann bin ich vor den Wahl gestanden, ich bin im Endstadium, sie müssen sofort was machen. Und zum Glück, Gott sei Dank, muss ich sagen, haben sie mich nicht mehr operieren können, weil der Krebs so stark in die Organe schweinig gewachsen gewesen ist, dass ich aus unheilbar gehalten habe. Also, ich muss jetzt auch mal einlenken, der Martin war bei mir vor, ich glaube, etwas über einem Jahr noch gesehen. Er sah echt schlecht aus, abgemagert und natürlich völlig verzweifelt. Ihm wollten sie alles raus operieren. Du wärst praktisch im Rollstuhl gesessen und wärst im Grunde genommen noch ein Klumpen Fleisch gewesen. Richtig, ja. Wir blenden jetzt auch mal nebenbei seine Werte ein, die sie damals bei dir genommen haben. Was sind das genau, die Blutwerte, wo, was... Das ist der PSA-Wert, also das ist vom Prostata-Karzinom und der hat 97 betragen. Okay. Und danach, wenn ich mich in das Schicksal der Ärzte begeben habe, habe ich zuerst einmal die Serien von Chemo gemacht, die 12, danach die 52 Bestrahlungen und die... 52 Bestrahlungen. Richtig, ja. Und dann habe ich noch die 3-monatige Monatsspritzen gekriegt. Die Chemo habe ich verdammt schlecht verdrungen. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ist eh klar, wenn das komplette Immunsystem zerstört wird. Und ich habe meine Verantwortung wirklich den Ärzten gegeben, dass die das Beste draus machen. Naja, und dann... Weißt du, was das insgesamt gekostet hat, diese ganzen Behandlungen bei dir? Ja, ich glaube, so eine Chemo... Du musst nur schätzen, ich weiß es nicht, aber ich schätze zwischen 6 und 10.000 Euro. Eine Chemo, wahrscheinlich. Eine Chemo, ja. Und die Bestrahlungen und die Hormonspritzen, ja, die ist... Okay, das hat dir also nicht gut getan. Ja, sind dann... Hast du dann danach... Ist da eine Besserung eingetreten nach den ganzen Chemos? Was ist genau passiert? Die Chemo hat einmal einen kurzfristigen Stopp gemacht. Also die Werte sind von 97 mit den ganzen Chemos und mit den Bestrahlungen und mit den Hormonspritzen auf ungefähr 50 sind es gesunken. Und dann... Naturheilkunde befasst und dass es auch außer der Schulmedizin noch natürliche Heilungsmethoden gibt. Und das war im Prinzip ein Experiment. Aber ich habe mir das Wissen, eben durch Riximsen und durch andere, habe ich mir das angeeignet und habe das Experiment einfach gestartet. Was genau für ein Experiment? Was hast du gemacht? Mit Cannabis nehme ich an. Also in erster Linie habe ich mal geschaut, was ist für mein Körper das Beste, dass es Immunsystem aufgeführt hat. Dazu gehört in erster Linie einmal das OPC. Und da möchte ich jetzt noch hinzufügen, ich mache jetzt kein Werbeding für Robert Franz oder sonst was. Es geht dann nur um den Inhaltsstoff und das ist OPC. Das ist ein Traubenkernextrakt aus den Weintrauben und der macht das blutdünn. Und wenn das Blut dünn ist, werden die ganzen Organe viel besser durchblutet, ist natürlich normal. Und natürlich erfolgt eine viel bessere Entgiftung. Du baust auf jeden Fall dein Immunsystem ein. Du baust es auf durch die höhere Durchblutung. Und durch das, dass das Blut dünn ist, durch den Traubenkernextrakt, das ist 20 Minuten nach der Einnahme schon messbar, kann man viel schwerer einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall kriegen. Die Nummer zwei, die so als sehr unterschätzt wird, was die Grundsäule von der Gesundheit ist, ist die künstliche Sonne. Vitamin D3. Und das haben wir in Europa viel zu wenig. Aus dem Grund gibt es auch in Afrika oder in den Ländern, wo eine hohe Sonneneinstrahlung ist, kein Krebs, keine Osterborose und gar nichts. Ich habe mich intensiv mit den Themen beschäftigt. Und nach der Chemotherapie sind meine Knochen fast das Bresel drinnen. Also Osterborose, alles habe ich gespürt. Durch Vitamin D3, die künstliche Sonne, durch K2 in Verbindung mit K2, kann man wieder Calcium und Magnesium in den Knochen einlagern. Und innerhalb von drei, vier Monaten hat sich die Knochendichte bei mir wieder enorm verbessert. Ich habe nur wo Anschlag gebraucht und ich habe schon eine Stachung gehabt. Zur Information, also die Europäer müssten sich ungefähr ein bis zwei Stunden täglich nackt in die Sonne legen, wobei wir Europäer leider nicht durchgehend Sonne haben. Richtig. Schon mal nicht so lange. Ja, und somit haben eigentlich 80 bis 90 Prozent einen starken D3-Mangel. Sonne Mangel. Bis zum 30. Lebensjahr kann man das noch gut ausgleichen. Ab dem 30. Lebensjahr sackt das teilweise rapide ab. Richtig. Und wie der Martin sagt, kann man das dann durch, da sollte man allerdings mit hohen Dosen angreifen, Apotheken verkaufen, oft 400 Einheiten. Ich empfehle immer Leute, die Depressionen haben oder solche Sachen, dass man da wirklich mit tausender Einheiten bis zweitausender Einheiten rangeht. Viel zu wenig Mario. Und dann aber 10 bis 15 Tropfen. Man nimmt, als gesunder Mensch sollte man einen Spiegel von 40 haben. Hat man Krebs, dann sollte man den Spiegel bis zu 100 erhöhen. Das bedeutet, dass man mindestens einmal, wenn man Krebs hat, ein bis zwei Wochen mit 50.000 Einheiten, das bedeutet 50 Tropfen, in den Krebs reinfährt. Damit, dass einmal die Organe alle nach oben gefahren werden und dass die richtig zum Arbeiten anfangen. Denn dein Immunsystem, wenn ich einen niedrigen Vitamin-D-Spergel habe, sagt er, du schläfst, du schläfst, du arbeitest nicht. Wie eine Pflanze, die was in den Keller reinsteht, die wird bald einmal krank werden und werden nicht mehr gedeihen. Und wenn die Sonne hält, dann läuft die Photosynthese. So läuft bei Menschen genauso der ganze Organismus und das Immunsystem fährt sich auf Hochtun auffällt. Ja, in Krebsfällen ist es wahrscheinlich noch besser höher zu dosieren, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Aber in der Hinsicht, das sind alles Präparate, damit das Immunsystem auf Hochtun fährt und natürlich bei der Hilfe im Krebs zum Bekämpfen durch den Hauptwirkstoff enorm unterstützt. Speziell, wenn man Kemos gehabt hat, möchte ich an jeden den Rat geben, da wird immer gesagt im Krankenhaus, esst viel, dass du stark bleibst oder sonst irgendwas. Ich habe mich informiert über das Thema, habe das selber gemacht, ich habe bei den Kemos nur Wasser getrunken. Wenn man isst und man kriegt die Chemo, das Gift wird genau vier Stunden. Also, und danach isst es nur noch Gift. Was hast du nach der Chemo gemacht? Wie hast du dich daran erinnert? Nein, es war einfach, die Hauptzeit ist die Chemo. In den Tagen, wo man die Chemo bekommt und wenn man isst, befördert man durch den Blutkreislauf, wenn man vom Darm alles wieder in den Körper zurück. Und wenn man aber nur Wasser trinkt, sind die Nieren, die Leber, die ganzen Organe entlastet und die Entgiftung kann auf Hochtun laufen. Und wenn ich aber was isse, so befördere ich mich, also mein, das Gift, was ist, ja, viel schwieriger, viel schwieriger. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man ganzheitlich den Körper nach einer Chemo wieder aufbaut. Durch Darmsernährung, durch Vitamin D3, dass der Mangel einfach in keinster Weise, der Körper in keinster Weise, wo ein Mangel hat. Was hast du das jetzt? Das ist Quercetin. Das ist speziell für den Krebs unterstützend. Das ist ein Wirkstoff, der was den Krebs hemmt und das wird aus den Zwiebeln erzeugt. Da ist der Wirkstoff Quercetin drinnen und eine Kapsel entspricht einem Kilogramm Zwiebeln. Und wenn man einen starken Krebs hat, dann kann man ruhig zehn Kapsel Quercetin zu haben nehmen. Umso höher, dass man reingefahrt, umso wirkungsvoller. Achso, das heißt Traubenkernextrakt. Das ist Traubenkernextrakt. Das ist ein Produkt für den Darm zum Sanieren. Gut, also, um das jetzt nochmal klarzustellen. Chemo, für dich eher förderlich, eher, wenn du es jetzt im Nachhinein nochmal entscheiden könntest, wie würdest du jetzt verfahren? Ich würde nie mehr meine Vertrauen in die Ärzte legen. Eine Chemo ist immer nur ein Stopp, ein Stopp auf Zeit. Und meistens verlogert sich der Krebs dann in völlig andere Organe, Nebenorgane. Und innerhalb fünf Patienten, innerhalb fünf Jahre sind die meisten Patienten an den Nebenwirkungen von der Chemo verstorben. Okay, wie hast du dich jetzt nach der Chemo verhalten? Was hast du getan, auch außer diese Mittel jetzt nachzunehmen? Also die hast du während der Chemo genommen und auch danach nehme ich mal an? Richtig. Und nach der Chemo, wo ich im Prinzip, wie Eigenverantwortung für mein Handeln übernommen habe, im Prinzip nur das Gegenteil da brauchen von dem, was mir die Ärzte empfohlen haben. Und ich war am richtigen Weg. Weil alles, was ich gefragt habe, Ärzte, bringt das was? Vitamin D3, K2, was so viele wissenschaftliche Studien schon gibt. Es ist alles Umfang. Nur Chemo bringt was. Nur Gift bringt was. Und ich habe mich entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und habe das Experiment gestartet. Ich habe mich für Cannabis intensiv interessiert. Und bin da auf einen Artikel gestoßen, dass es in Amerika einen Menschen gibt, der was ca. 5000 Menschen geheilt haben sollte, durch Cannabis. Der Rick Simpson. Rick Simpson, richtig. Ich habe von den Menschen gehört. Ich habe aber nicht nachvollziehen können, ist das jetzt wirklich so oder ist das nicht so. Weil es gibt keine belegten Fälle. Ich bin der erste belegte Fall, der was das dokumentieren kann. Da wo ich alles vorlegen kann und mich die Ärzte begleitet haben dabei. Und der was wirklich weiß, das Rick Simpson Öl ist der Hauptwirkstoff, der was in Krebs besiegt. Das ist super. Wie lange, wie genau, also du hast selber Pflanzen angebaut. Du hast selber daraus dann mit Alkohol Öl gemacht. Zuerst habe ich mich intensiv informiert, wie wirkt das Rick Simpson Öl. Laut Rick Simpson habe ich mich einmal da richtig reingelesen. Und dann habe ich die Pflanzen illegal, wie man so sagt, produziert für mich, für meinen eigenen Gebrauch. Damit, dass ich das Experiment starten kann, dass ich mich selber meine. Ja, okay. Hast du vorher noch geguckt, was da für eine Pflanze für dich in Frage kommt? Oder hast du einfach irgendeine Pflanze genommen? Nein, das ist auch ganz wichtig. Ich habe geschaut, dass ich eben, weil man nicht weiß, was für eine Pflanze speziell auf dem Krebs jetzt mehr Inhaltsstoffe drin habe. Jetzt habe ich immer geschaut, dass ich Pflanzen nehme, die was Indica sind, mit einem hohen medizinischen Wert, wo das Verhältnis zwischen CBD und DRC ausgewogen ist. Okay. Und habe viele verschiedene Sorten hergenommen. Also mindestens fünf oder sechs verschiedene Sorten, damit, dass das ganze Spektrum von Krebs abgedeckt ist. Okay, gut. Wie viel Rohmaterial brauchtest du, um die für dich richtige Menge an Öl zu machen, die du brauchtest für deine Heilung? Also, wenn man jetzt das ausrechnet, man fängt im Tag mit einer Kapsel an, wo ein Gramm drin ist. Das, was ich immer anal und oral verreicht habe, dann kommt man da auf eine erhebliche Menge, weil man kann bedenken, dass ein oder zwei Kapseln an Pflanzen sind. Also man sagt eigentlich, glaube ich, dass du zehn Prozent, also für einen Gramm brauchst du praktisch zehn Gramm Blüten. Zehn Gramm für ein Gramm hochwertiger Medizin. Und ausschlaggebend bei der Heilung von Krebs ist eben, dass man sowas nicht am Schwarzwag kauft, das was verunreinigt ist und keinen medizinischen Nutzen hat, sondern dass das wirklich eine reine, hochwertige Qualität ist. Okay, das heißt also, wie viel, du hast also mit einem Gramm oder teilweise sogar zwei Gramm anal und oral am Tag gebraucht? Ich habe das am Abend eingenommen und habe radikal meine Dosis erhöht. Weil laut Rick Simpson kann man je nach Verträglichkeit umso mehr, dass einem entgegengesetzt wird, umso besser. Warum das so ist, ist auch ganz einfach, der Körper nimmt sich das, was er braucht und schaltet den Rest einfach aus. Richtig. Deshalb muss es auch jeder einschätzen können, was er eigentlich verträgt. Und ich glaube, du warst da sehr, wie sagt man, aufnahmefähig. Da bin ich sehr aufnahmefähig, weil das Rick Simpson-Öl wirkt zwar in einer gewissen Weise berauschend, aber angenehm. Und wenn ich das mit einer Chemo oder mit sonst was vergleiche, das sind positive Nebenwirkungen und der Sonne ist die Hölle. Ja, wie lange hast du dann praktisch diese Menge an Ölen eingenommen? Wie ging es dir dabei vor allen Dingen in dieser Zeit? Wie lange war das? Drei Monate? Nein, nein, das war schon länger. Noch länger. Also ich habe angefangen mit dem Öl, habe geschaut, dass ich Spurten mache. Ich habe nebenbei erbrochen, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe geschaut, dass ich Luft wieder reinbringe in meine Lungen, dass ich den Dreck hause schwitze und bin mein Immunsystem steil noch bergauf gefahren. Super. Wie lange? Also ich habe mit meiner Medizin, weil ich es gerade geerntet habe, vielleicht einen Monat begonnen und ich habe gemerkt, dass es von viel zu wirken war, es geht besser. Leider habe ich zwischendurch dann eine Hausdurchsuchung gehabt. Okay. Und das war noch nicht ein Riesenproblem. Weil meine ganze Hoffnung in dem Experiment gestanden oder so gesteckt ist und mir meine ganze lebensnotwendige Medizin genommen worden ist. Jetzt ist natürlich der Werk wieder schlechter geworden. Selbstverständlich. Messbar, echt? Messbar. Ich war auch draußen bei der Polizei und habe euch das erklärt, dass es mir verdammt scheiße geht. Man müsste dir eigentlich die Körperverletzung anzeigen, wenn das messbar ist, oder? Es ist so. Für mich ist das gewesen ein Versuch der Mord. Ein Versuch der Mord auf meine Gesundheit. Weil wer will mir verbieten, dass ich lebe? Und ich lebe lieber in der Hinsicht. Vor allem, wenn es auch nachweislich besser geht, ja. Und die Ärzte hat mir das bestätigt. Und wer will mir das verbieten? Es gibt kein illegales Leben, nur weil eine Pflanze, eine Pflanze benutzt die, wo es mir hilft. Das ist nicht mehr wie ein Brennissl oder ein Lübensamm. Das ist nur dämonisiert worden. Und warum? Weil es so eine enorme Heilkraft hat. Weil sie ohnehin wie Pharmakonzerne damit bereichern. Das heißt, du hast dich also nicht unterkriegen lassen, hast weitergemacht, weil es schließlich in der Hinsicht ging? Auf alle Fälle. Weil lieber illegal lebe, als für illegal stirbe. Ich bin da rausgefahren zu den Polizisten und habe gesagt, ich möchte meine Medizin wieder haben. Ich habe gesagt, ich will die wieder haben. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir jetzt ein Öl kaufen habe müssen, um 1000 Euro. Und das hat mir noch geholfen, dass ich die Zeit überbrückt habe. Überbrückt habe, bis dass ich wieder meine paar Pflanzen gehabt habe, dass ich mit der Dosis eingefahren habe können. Und dann bin ich wirklich wieder stark eingefahren, bis zu 6 Kapseln Tagesdosis. Das sind 6 Gramm, hochwertigste Qualität. Und dann habe ich rapide gemerkt, wie die Werte gefallen sind, wie sich mein Gesundheitszustand verbessert hat. Ich bin in der Nacht, hat mir die Hüften so weht um Anfangszeit, durch die Chemo, die, was mir die ganzen Knochen zersetzt hat, die Osteoporose. Und das ist rapide besser geworden. Und wenn man sich heute meine Blutwerte anschaut, ich habe Blutwerte wie ein, ja, wie ein Kleinkind. Wie ein Kleinkind. Und mein Wert von BSA ist auf 1,12 oder 1,37, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber auf alle Fälle weit unter der Grenze, wo ich als gesunder haben darf. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, danke. Schön, dass du noch unter uns warst. Und dich nicht davon abbringen lassen hast und einfach weitergemacht hast. Ich denke mal, das kann vielen Menschen Kraft geben und Zuversicht geben, dass sie es vielleicht so aufschaffen und sich nicht unterkriegen lassen von irgendeinem Gesetz, wenn man der Meinung ist, es kann einem helfen und das Gefühl hat und auch noch die Werte und Bestätigung hat, vielleicht von begleitenden Ärzten, spricht einfach nichts dagegen, kann einfach nichts dagegen sprechen. Und für das würde ich die Information herausbringen, weil es steht jedem Menschen zu, dass er sich mit der Medizin, die er glaubt, am besten heilt, dass er sich mit der versorgen darf. Und es ist in derer Hinsicht ein Verbrechen vom Staat, Menschen eine lebensnotwendige Medizin aus wirtschaftlichen Gründen vorzuhalten. Und das ist meine Meinung. Sag mal, nimmst du das jetzt immer noch weiterhin zu Vorbeugung oder Nachbeugung oder wie auch immer oder Nachwirkung? Meiner Meinung ist es immer wichtig, dass man eine Nachsorge und eine Vorsorge macht. Weil dann kommt es gar nicht so weit. Solange, dass man keinen Mangel hat im Körper, wird man keinen Krebs kriegen. Wenn das Immunsystem funktioniert, passiert das nicht. Aber wenn man das schon mal übersehen hat und man hat einmal einen Krebs gehabt, dann ist das niemals eine Garantie, dass er nicht mehr zurückkommen kann. Und darum macht man automatisch jetzt eine Nachsorge und gibt sich für ein paar Monate noch mal das Öl. Dann wird da meiner Meinung nach nichts mehr passieren. Hey, du siehst auf jeden Fall gesund aus und ich wünsche dir noch ganz viel Glück und ganz viel Gesundheit für deine Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, Mario. Danke, Martin, dass du uns das erzählt hast. Danke, Mario. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.